Hi zusammen, heute möchte ich euch Methoden zeigen, um KI-Anwendungen mit Retrieval Augmented Generation zu verbessern. Ich werde euch dafür verschiedene fortgeschrittene Techniken zeigen, die ihr in Kombination mit Langchain verwenden könnt, um bessere Ergebnisse bei der Datenabfrage aus einem Vector Store zu erzielen. Wir werden uns dafür Multi-Query Retrievers, Contextual Compression, Ensemble Retrievers, Self-Creating Retrievers, mein persönlicher Favorit, und Time-Weighted Vector Store Retrieval angucken. Bevor wir starten, zuerst mal einen kleinen Blick auf den typischen Datenfluss von so einer KI-Anwendung. Und zwar, man kann das Ganze in zwei Schritte einteilen, und zwar in einen Indexierungsschritt. Dort laden wir zunächst Rohdaten in Memory, und dann teilt man die Daten in sogenannte Chunks. Danach werden die Chunks embedded über ein Embedding-Modell, und dann speichert man diese Chunks und die Embeddings in einen Vector Store. Im zweiten Schritt kommt dann der Aufrufschritt. Das heißt, man stellt eine Frage, embeddet dann die Frage, und holt die ähnlichsten Dokumente dann aus dem Vector Store raus. Die Dokumente werden dann an ein Prompt übergeben, und das schickt man dann in Kombination komplett an ein LLM, wie zum Beispiel eben ein LLM von OpenAI, und das erstellt dann eine finale Antwort. Also das sind die beiden Schritte, und ich zeige euch in diesem Video eben Techniken, wie man diese Schritte im Workflow verbessern kann. So, den Code, den findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch einfach zwei-Pile-Notebook laden und entsprechend ein OpenAI API Key eintragen. Dann könnt ihr das 1 zu 1 einfach entsprechend hier auch ausführen. So, was wir zunächst mal machen ist, wir laden unseren OpenAI API Key rein und setzen den dann als Environment-Variable. Außerdem importieren wir die OpenAI Embeddings-Klasse, mit der wir dann eben ein Request an das ADA-002-Modell machen können. Und außerdem hier noch eine kleine Hilfsfunktion, mit dem wir eben die Langchain-Dokumente ein bisschen schöner und übersichtlicher darstellen können. So, zunächst mal bevor wir starten, möchte ich mal mit einem kleinen Experiment starten, das demonstriert, warum wir denn eigentlich eine Chunk-Size auswählen bei dem Document-Chunking. Und außerdem, wie verschiedene Chunk-Größen dann eben Einfluss auf den Retrieval-Step haben. Dafür starten wir mal mit einem einfachen Beispiel. Wir haben hier eine docs.txt und eine restaurant.txt. Die docs.txt ist so ein QA-Format, wo wir dann eben verschiedene Fragen zu einer fiktiven Hundeschule stellen können. Und hier sieht man zum Beispiel, wo das Ganze ist oder wie der Name dieser Schule ist und was für Arten von Training es hier eben gibt. Bei dem restaurant.txt, dort gibt es dann zum Beispiel Informationen zum Restaurant, ob das Ganze veganer- oder vegetarierfreundlich ist und noch ein paar andere Fragen. Also, wir haben jetzt hier zwei unterschiedliche Themen und die möchten wir jetzt mal über ein Embedding-Modell dann eben abfragen und gucken, wie ähnlich sind denn die Antworten zueinander. So, bevor wir den Code ausführen, müssen wir allerdings erstmal die Dependencies installieren. Einfach über pip-install-requirements.txt und das Ganze idealerweise in eine Virtual Environment rein installieren und dann mit dem Jupyter-Notebook-Kernel hier verbinden. Dann wird man beim ersten Abfragen danach gefragt, hier weitere Pakete nachzuinstallieren und damit funktioniert dann auch der Code. So, jetzt können wir eben erstmal das Embedding hier laden, also das Embedding-Modell hier als Instanz festsetzen. Danach laden wir dann die docs.txt, die restaurant.txt und nutzen dann eine Textloader-Instanz, um die Daten in Memory zu laden. Die kombinieren wir einfach und erzeugen dann eine docs-Variable. So, was wir als nächstes machen ist, wir embedden jetzt drei Fragen und zwar, wie ist das Wetter, wie ist der Name der Hundeschule und welches Food oder welches Essen bietet die an. Also es sind drei unterschiedliche Fragen. Eine bezieht sich auf die Hundeschule, eine bezieht sich auf das Restaurant und eine ist komplett unabhängig davon aneinander. Und jetzt embedden wir die Dokumente und zwar aktuell das komplette File, das heißt die doc.txt und das restaurant.txt. Das heißt, wir kriegen am Ende zwei Embeddings hier raus. Können wir uns auch nochmal angucken. Hier soll jetzt eine Länge von zwei rauskommen. Genau. Und jetzt wollen wir mal die Cosign Similarity von den Fragen zu den Embeddings dieser Inhalte hier berechnen und gucken uns einfach mal an, was hier passiert. Das Ganze plotten wir dann einfach über Matplotlib und wie man jetzt hier schön sehen kann, also hier links sehen wir dann die Queries, die sich dann eben auf die Hundedatei beziehen und rechts sehen wir die Anfragen, die sich auf das Restaurant beziehen. Links ist eigentlich alles in Ordnung. Hier ist die Differenz zwischen Hundeschule und den anderen Fragen relativ groß. Aber hier links ist zwischen Restaurant, worum es ja eigentlich geht, und der Frage, die sich auf die Hundeschule bezieht, hier nur noch sehr gering auseinander. Und also wie man sehen kann, es passt zwar inhaltlich noch, allerdings wenn wir es so aufgebaut hätten, das File, dass hier auch noch thematisch unterschiedliche Themen behandelt werden, dann könnte es sein, dass die Ergebnisse sogar noch schlechter und die Punkte ja noch enger beieinander liegen würden. Und deshalb erstellt man kleinere Chunks, weil diese Chunks deutlich trennschärfer Embeddings abbilden können. Das heißt, wenn man einen Satz hat, der dann über ein Thema geht, kann man diesen sehr trennscharf in einem Embedding eben abbilden und darauf deutlich bessere Queries abbilden. So, jetzt wollen wir das Ganze mal so ändern, dass wir hier mal die Dokumente splitten und nennen das hier einfach mal Data. Und jetzt nutzen wir den Tagsplitter, um die Dokumente zu splitten. Wir machen eine relativ kleine Chunksweise von 120 Charactern mit einer Chunk-Overlap von 10. Okay, wenn wir das Ganze nochmal ausführen, dann sehen wir folgendes. Das dauert jetzt ein paar Sekunden länger, weil wir natürlich mehr Dokumente haben. Und jetzt wollen wir dann im nächsten Schritt nochmal den Plot erstellen. So, und das ist jetzt unser neuer Plot. Und wie man hier schön sehen kann, hier haben wir beim Restaurant Werte von über 0,8. Vorher hatten wir gerade mal irgendwie einen Wert von 0,75. Und die Werte zwischen Restaurant und Hundeschule sind jetzt deutlich auseinander. Das heißt, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass wir mit diesen kleinen Chunks bessere und trennschärfere Dokumente aus dem Vektor-Store rauskriegen und einfach auch bessere Fragen stellen können. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Und zwar, wenn wir sehr kleine Dokumente haben, kriegen wir auch diese sehr kleinen Dokumente nur zurück und schicken diese dann an das LLM. Und jetzt muss man eben da einen Kompromiss eingehen oder man nutzt einen neuen Ansatz. Das heißt, man macht eine Frage über die kleinen Chunks und schickt dann allerdings die großen Dokumente an das LLM. Und das geht eben wunderbar mit dem Parent-Child oder mit dem Parent-Document-Retriever. Was wir hier machen, wir laden den Parent-Document-Retriever von Langchain und hier aus dem Retrievers-Modul und erstellen jetzt zwei Splitter. Einen Child-Splitter, mit dem wir eben kleine Dokumente erstellen, hier mit einer Chunk-Size von 120, und einen Parent-Splitter. Und das sind die Dokumente, die wir dann ans LLM schicken, während wir die Dokumente vom Child-Splitter dazu verwenden, um eben die Dokumente überhaupt aus dem Vektor-Store rauszukriegen, weil wir hier eben die höheren Trennschärfe haben. Aber bei dem Parent-Dokument dann eben mehr Kontext, das wir dann ans LLM schicken können. Dafür brauchen wir einen Vektor-Store. Ich nehme mal hier den Chroma-Vektor-Store. Das ist einfach einer von vielen Vektor-Stores, die wir verwenden können. Geben wir die Embeddings-Funktion mit und erstellen außerdem noch einen Document-Store. Wir nehmen hier den in Memory-Store und den, ja, den instanzieren wir eben und geben den als Argument jetzt bei der Instanzierung von dem Parent-Document-Retriever mit. Geben wir Vektor-Store mit, den Document-Store, den Child-Splitter und auch den Parent-Splitter. Und jetzt haben wir einen Retriever und diesem Retriever können wir jetzt hier Dokumente hinzufügen über die Add-Documents-Method. Und jetzt können wir die Similarity-Search-Methode vom Vektor-Store aufrufen. Damit kriegen wir dann die vier ähnlichsten Dokumente zurück. Oder, was noch besser heißt, direkt vom Retriever die Get-Relevant-Documents. Das ist die standardisierte Methode eben für alle Retriever. Die sollte man auch verwenden. Und wie wir sehen, wir kriegen hier die gleichen Dokumente, wie wenn wir den Vektor-Store direkt ansprechen. Also im Normalfall immer über den Retriever gehen, weil es eben ein standardisiertes Interface bietet. So, das war es jetzt mal von dem Parent-Child-Retriever oder von dem Parent-Document-Retriever. Schauen wir uns jetzt den Multi-Query-Retriever an. Und der Multi-Query-Retriever hat einen anderen Ansatz. Und zwar geht der auf die Fragestellungen direkt. Und zwar, wenn wir eine Frage stellen, dann können leichte Abweichungen in der Frage schon zu unterschiedlichen Dokumenten führen, die wir dann aus dem Vektor-Store kriegen. Und der Multi-Query-Retriever kreiert verschiedene Variationen von unserer Frage. Zum Beispiel fünf unterschiedliche Fragestellungen und geht mit fünf unterschiedlichen Fragen gegen den Vektor-Store. Am Ende kriegen wir dann eine Liste von Dokumenten. Da kommen dann auch doppelte Dokumente raus. Und dort werden dann die doppelten Dokumente entfernt. Und wir kriegen am Ende eine Liste mit Unikaten-Dokumenten zurück. Das Ganze ist relativ leicht zu erstellen. Wir müssen einfach nur ein LLM erstellen, zum Beispiel über ChatOpenAI. Und dann können wir zum Beispiel über die FromLLM-Class-Method von dem Multi-Query-Retriever dann einen Retriever erstellen. Wir geben unseren Chroma-Vektor-Store mit, konvertieren den über die AS-Retriever-Method in einen Retriever. Und jetzt können wir zum Beispiel einfach direkt abfragen, get relevant documents, what is the name of the dog school. Und hier sehen wir dann die Anzahl der uniken Dokumente, die wir kriegen. Und wie wir sehen können, das sind vier. Gucken wir uns jetzt mal an, was da eigentlich unter der Haube genau passiert. Also das ist relativ leicht zu nutzen, aber eben gar dieses Merge von den Dokumenten ist, glaube ich, relativ interessant. So, und was hier letztlich passiert ist, das Wichtigste, wir nehmen ein Prompt-Template und geben hier eine sehr spezielle Prompt mit und außerdem hier noch einen Output-Parser, wo wir dann eben den Output von dem LLM-Aufruf, den wir jetzt hier machen werden, dann eben parsen können. Und zwar sagen wir hier, du bist ein KI-Modell und eben ein Assistant und deine Aufgabe ist es, fünf unterschiedliche Versionen des gegebenen User-Inputs zu erstellen. Und mit dem gehen wir dann auf den Retriever. Das Wichtigste ist, wie gesagt, dieser Part hier, dass wir fünf unterschiedliche Versionen von der Frage erstellen. Und diese Prompt geben wir dann an eine LLM-Chain mit und außerdem geben wir noch einen Output-Parser mit. Das ist einfach hier der Line-List-Output-Parser, wo wir dann eben hier Zeile für Zeile das Ganze dann eben parsen können, am Ende eben eine Liste mit fünf Elementen haben. So, erstellen wir das mal und jetzt nutzen wir die Invoke-Method. What is the name of the dog school? Also wie ist der Name von der Hundeschule? Und was wir jetzt hier rauskriegen, ist folgendes. So, und zwar sehen wir, kriegen wir jetzt hier am Ende raus eine Line-List, das ist das, was wir hier an dem Output-Parser definiert haben und das sind eben fünf Abweichungen von der Frage. Und zwar, can you tell me the name of the dog training center? Also statt dog school haben wir jetzt hier training center und dann wird es die official name? Also statt einfach nur name, official name. Wie gesagt, das sind kleine Abweichungen, aber die können eben schon einen ziemlich großen Einfluss haben auf das Ergebnis. Und dann gehen wir iterativ vor und fragen in, ja, in der Schleife fünfmal eben den Vector Store ab und holen uns dann die Dokumente aus diesem Vector Store aus. Und so funktioniert das Ganze unter der Haube, aber wir müssen uns eben keine Gedanken machen, weil der Multi-Query Retriever von Langchain das automatisch für uns eben umgesetzt hat. Okay, als nächstes wollen wir uns mal Contextual Compression angucken. Was ist eigentlich Contextual Compression? Und zwar braucht man dafür erstmal einen normalen Retriever und dann einen Document Compressor. Was man letztlich macht ist, wir holen uns ganz normal wie eben vorher auch einfach Dokumente über eine Ähnlichkeitssuche aus dem Vector Store raus. Also wir nehmen einen normalen Base Retriever, aber statt diese Dokumente, die wir aus dem Vector Store kriegen, einfach direkt an das LLM zu geben, geben wir diese in einem weiteren Schritt an einen sogenannten Compressor. Das ist nichts anderes als ein LLM, das eben dann Dokumente als Liste entgegennimmt und diese eben reduziert und außerdem, wenn nötig, auch einfach komplett Dokumente aus dieser Liste rausschmeißt und zwar immer dann, wenn die Dokumente nicht ähnlich genug der Abfrage sind, die wir dann eben an das LLM schicken wollen. Das heißt, wir machen hier einen weiteren Reduktionsschritt über ein LLM und ich zeige euch mal, wie das Ganze geht. Dafür erstellen wir zunächst mal einen Vector Store und fügen hier diese Dokumente dem Vector Store hinzu, konvertieren das Ganze dann in einen Retriever, dass wir einfach das Standard Retriever Interface haben. Das dauert jetzt ein paar Sekunden und danach wollen wir dann die Get Relevant Documents Method ausführen auf die Frage, was ist der Name der Hundeschule? Die Frage habe ich jetzt mal hier als Variable gespeichert, weil wir es immer wieder benutzen werden und hier sehen wir, kriegen wir dann eben verschiedene Dokumente heraus. Ich werde das Ganze nochmal kurz ausführen, weil ich sehe jetzt gerade, wir haben hier doppelte Dokumente drin, das heißt, ich habe diesen Schritt hier zweimal irgendwie ausgeführt. So, jetzt habe ich es nochmal ausgeführt, jetzt sehen wir, haben wir vier unterschiedliche Dokumente und ja, hier steht eine ganze Menge an Text drin, beziehungsweise ja, wirklich vieles nicht, aber den können wir eben nochmal reduzieren. Und zwar, das geht dann eben über den Kompressor. Dafür importieren wir von dem Retriever, von dem Retriever-Modul hier, Contextual Compression Retriever und außerdem den LLM Chain Extractor aus dem Document Compressor-Modul. Dafür erzeugen wir erstmal eine Instanz von dem LLM Chain Extractor und passen hier unsere Instanz von dem LLM, was wir da oben definiert haben und haben damit eben unseren Kompressor erzeugt. Dann erzeugen wir eine Instanz von dem Contextual Compression Retriever und übergeben eben den Kompressor hier als Argument und außerdem dann noch unseren Retriever, der eben hier unser Chroma Retriever ist. Von diesem Retriever führen wir wieder die Standard-Methode Get Relevant Documents aus und hier können wir mal die PrettyPrint Docs-Methode verwenden und hier, was wir jetzt hier sehen, sind, wir kriegen ebenfalls vier Dokumente, aber, wie wir sehen können, die Dokumente sind deutlich reduziert. Hier oben sehen wir The School is called Canon Academy und hier haben wir sogar noch eine ganze Menge an anderem Zeug und das wurde einfach komplett reduziert. Hier wurde nur noch der Name übrig gelassen bei Dokument 3 und auch bei Dokument 4 und das ist einfach die Information, die wir dann hier eben auch brauchen. What is the name of the dog school? Und das sind dann einfach nur noch diese vier Ausschnitte aus dem Dokument und diese vier Dokumente, die würden wir dann ans LLM eben schicken und die ganze unnötige Information einfach rausdroppen und das finde ich einen ziemlich mächtigen Ansatz, allerdings ist der auch relativ teuer, weil wir machen nochmal vier extra Requests an das OpenAI-Modell, gerade wenn man OpenAI eben verwendet, ist es teuer, aber es macht die ganze Applikation eben auch langsamer, weil wir eben nochmal einen extra Schritt haben, wo wir gegen ein LLM abfragen. Es gibt einen alternativen, aber etwas weniger mächtigen Ansatz und zwar über einen Embedding-Filter zu arbeiten. Was man beim Embedding-Filter macht, ist wir gehen über die Cosign-Similarity, das ist das, was ich vorher auch schon mal gezeigt hatte und guckt, wie ähnlich sind denn die Werte und man kann einen Threshold hier mitgeben. Hier muss man ein bisschen aufpassen und auch experimentieren, wenn man das machen möchte. Wenn wir zum Beispiel hier einen Threshold von 0,99 eingeben, das heißt, das ist fast identisch, dann wird man hier, wenn man das eben ausführt, in der Regel einfach gar keine Dokumente mehr rauskriegen, weil die ganzen Dokumente eben entsprechend rausgeworfen werden. Also wie man sehen kann, hier kriegen wir auch keine Dokumente. Wenn wir allerdings einen Wert nehmen, der zu niedrig ist, dann haben wir hier einen extra Schritt, den wir eben machen und zwar wir machen einen Request an das Ader 002 Modell, das ist günstiger und noch schneller als das GPD35 Turbo Modell, allerdings ist es eben trotzdem ein extra Schritt und hier in dem Fall hilft es eben gar nichts, weil selbst sehr unähnliche Dokumente immer noch über einem Threshold von 0,5 liegen. Also hier ein bisschen experimentieren, der Ansatz ist auf jeden Fall weniger mächtig, als hier über einen richtigen Kompressor zu gehen, der eben LLM basiert ist, aber er funktioniert auch. Vielleicht jetzt noch ein weiteres Beispiel und zwar kann man hier auch richtige Pipelines bauen und zwar kann man sich hier so eine Document Compressor Pipeline bauen über die Document Compressor Pipeline Klasse von Langchain und wir können jetzt hier erstmal einen Splitter definieren und dann einen Embeddings Redundant Filter, das heißt wenn wir ähnliche Dokumente oder gleiche Dokumente kriegen, werden diese eben rausgeschmissen und dann danach den Embeddings Filter, der über einen Similarity Threshold geht. In dem Fall, sagen wir den mal oder legen den fest bei 0,67 und jetzt haben wir dann eben diese Pipeline, das heißt hier geben wir als Argument mit das sogenannte Transformers Argument, das ist einfach eine Liste und das ist die Sequenz, die dann eben abgearbeitet wird. Also zunächst splitten wir die Dokumente, dann gucken wir über den Redundant Filter eben gleiche Dokumente rauszuwerfen und dann über den Relevant Filter, den wir hier definiert haben, dass wir dann eben über diesen Similarity Threshold nochmal weitere Dokumente rauswerfen. Dann nutzen wir einfach wieder den Contextual Compression Retriever, geben hier den Pipeline Compressor als Compressor mit und den Retriever eben wieder als Retriever, machen hier wieder Get Relevant Documents und wie wir sehen können, auch hier kriegen wir dann unsere vier Dokumente zurück. Aber das ist einfach nochmal eine Möglichkeit, das Ganze etwas komplexer zu machen, aber auch hier muss man einfach experimentieren, was der beste Weg für einen eben ist. So, als nächstes gucken wir uns mal den Ensemble Retriever an. Und zwar gehen wir aktuell bei unserer Dokumentensuche immer über das Embedding-Modell, das heißt wir haben hochdimensionale Vektoren, über die wir prüfen, wie ähnlich denn die Frage zu einem gewissen Inhalt ist. Es gibt allerdings auch andere Algorithmen, zum Beispiel Keyword-basierte Suche und da gibt es eben den BM25-Algorithmus, mit dem wir dann eben eher stärker auf Keywords eben gehen, statt über das semantische Embedding. Und hier können wir dann einen Ansatz nutzen, der dann eben zwei Algorithmen miteinander verknüpft. Das heißt wir nutzen einen BM25-Retriever und holen uns dann die Dokumente eben raus, die sehr stark auf die Keywords gehen, die wir in der Frage stellen und wir nutzen dann noch einen zweiten Retriever und das ist dann eben ein Retriever, der dann eben die hochdimensionalen Ähnlichkeitsvektoren verwendet, die dann eben über das Embedding-Modell gehen. Und beide können wir verbinden über einen Ensemble Retriever und wir geben als Retriever dann den BM25-Retriever mit, das ist der, den wir hier erstellt haben, und außerdem den Chroma Retriever. Beide brauchen die Dokumente, die ursprünglichen und der andere, der Chroma braucht auch die Embeddings, eben der BM25-Retriever braucht die nicht, weil er eben einen anderen Ansatz hat und dann sagen wir noch die Gewichte, also wie stark werden die Resultate gewichtet, wenn wir beide 0,5 setzen, dann werden die Resultate eben gleich, als gleich wichtig angesehen. Ganz wichtig, das Ganze muss sich hier zu 1 ergänzen und ja, wir könnten es auch anders verteilen, dass wir sagen, dass eben Keywordsuche wichtiger ist oder eben weniger wichtig ist. Aber auch hier relativ leicht zu benutzen, einfach eine Instanz hier erstellen und danach einfach Get Relevant Documents wieder aufrufen. Auch hier werden wir sehen, kriegen wir dann wieder die vier ähnlichsten Dokumente zurück, aber eben mit verschiedenen Algorithmen. Okay, hier sehen wir, kriegen wir dann ganze fünf Dokumente von diesem Retriever hier zurück. So, als nächstes wollen wir uns dann den Self-Caring Retriever angucken. Der Self-Caring Retriever, der, wie der Name sagt, hat die Möglichkeit, sich selbst zu querien. Das bedeutet übersetzt, dass wir eben Sprache nutzen können, um eben nicht nur den Page-Content, das ist das, was wir normalerweise beim Retriever eben nutzen, über dann die Ähnlichkeitssuche zu gehen, sondern wir nutzen auch die Metadaten und wir nutzen natürliche Sprache, um die Metadaten, die eben normalerweise in Dokumenten auch gespeichert sind oder man sie zumindest speichern kann, eben dazu zu verwenden, die Dokumente, die wir eben dann aus dem Vector Stock kriegen, nochmal zu selektieren und dann eben eine bessere Abfrage zu kriegen. Und das ist sehr praktisch, wenn man eben standardisierte Metadaten hat. Ich habe hier mal ein Beispiel, und zwar, das bezieht sich wieder auf das Hundetraining und hier haben wir jetzt, statt einfach nur den Page-Content, wo wir dann nachfragen, dann eben noch Metadaten, das ist ein Dictionary und hier haben wir zum Beispiel den Type, wir haben ein Feature und wir haben den Preis. Und hier haben wir eben verschiedene Kategorien, also zum Beispiel Basic Training, Agility Training oder beim Feature dann eben Physical Fitness oder Foundational Skill und beim Preis zum Beispiel Affordable, Moderate oder auch ein Premium-Preis. Und jetzt können wir dann eben diese Metadaten nutzen, um eben auch dagegen abzufragen. Ich zeige einfach mal, wie das Ganze geht. Zunächst mal erstellen wir eine Liste von diesen Dokumenten. Also wie gesagt, das hat das gleiche Interface, wie eben wenn man die aus dem Text-File hat, das macht Langchain unter der Haube. Und wir erstellen jetzt hier einen neuen Vector Store. So, und jetzt müssen wir bei dem Retriever einen Self-Query-Retriever hier importieren von Langchain und was der braucht, ist folgendes. Zunächst mal braucht er eine LLM, das haben wir vorher schon definiert, dann den Vector Store, das ist der Chroma Vector Store und der braucht eine Document Content Description. Hier, das ist relativ banal, das ist einfach hier Description of a Doc Training Service. Also worum geht es denn bei diesen Dokumenten? Das Wichtigste ist allerdings hier, diese Liste hier mit Metadata Field Info und zwar brauchen wir hier die Attribute Info Class von Langchain und hier müssen wir jetzt angeben, worum es denn eigentlich bei diesen Attributen geht. Und zwar haben wir hier den Namen Type, wir haben eine Beschreibung, die ist wichtig für das LLM. Also Type entspricht dem Key hier in den Metadaten, also hier mit Type, Feature und Price. Das heißt, wir müssen diese drei auch entsprechend abbilden über jeweils ein Attribut Info. Hier haben wir Name, dann Beschreibung und auch den Datentypen. Können zum Beispiel auch bei dem Preis dann eben irgendwie 100 Dollar oder irgendwas drin haben. Das heißt, es könnte auch ein Integer sein. In dem Fall haben wir einfach den Preis kategorisiert über zum Beispiel High oder Premium oder was auch immer. Genau, dann nutzen wir jetzt diese Information und wenn wir jetzt zum Beispiel fragen, welche Premium Produkte, also welche Premium Trainings bietet ihr an, dann kriegen wir jetzt von diesem Retriever nur Dokumente zurück, wie wir sehen können, die auch in das Premium Preis Segment hier rein spielen. Und das wird eben über dieses Self-Querying gemacht. Das heißt, wir können hier einfach noch präziser unsere Dokumente aus dem Vector Store eben rauskriegen. Also wie gesagt, das ist mein persönlicher Favorit, kann den ganzen Retrieval Prozess eben deutlich effektiver nochmal machen. So, als nächstes möchte ich euch noch den Time-Weighted Vector Store Retriever zeigen und der ist leider noch nicht für alle Vectors so verfügbar. Das heißt, hier müssen wir den Feist Vector Store verwenden, aber der Ansatz ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Und zwar kommentieren wir das mal aus und kommentieren diese Decay Rate hier ein. Ich zeige gleich, was es damit auf sich hat und zwar, was wir jetzt erstmal machen, ist wir erstellen eine Time-Weighted Vector Store Retriever Instance. Dafür brauchen wir zunächst mal einen Index und hier geben wir einfach eine Embedding Size mit. Das ist die Standard-Open-AI-Embedding Size. Das heißt, die Embeddings sind einfach ein Vektor mit einer Länge von 1538 Zahlen und das repräsentiert eben die Frage oder die Themen dann eben in so einem hochdimensionalen Vektor. Das heißt, wir erzeugen hier den Index und über diesen Index erzeugen wir dann den Vector Store. Hier müssen wir dann die Embeddings-Funktion mitgeben, unseren Index und außerdem noch einen In-Memory-Doc-Store. Und damit können wir jetzt diesen speziellen Vector Store nutzen, um dann eben unseren Time-Weighted Vector Store Retriever zu erstellen. Hier müssen wir noch eine Decay Rate mitgeben und die Decay Rate sagt, wie schnell zeitlich ein Dokument eben invalidiert wird. Was es damit auf sich hat, zeige ich am besten mal anhand von dem Beispiel. Dann kann man das, glaube ich, hoppla, müssen wir noch hier importieren. Kann man das, glaube ich, am einfachsten sehen. Also jetzt erzeugen wir erstmal eine Retriever Instanz und jetzt erzeugen wir zwei Dokumente und die wollen wir diesem Retriever hier hinzufügen. Wie wir sehen können, ein Dokument hat einfach nur ein Page-Content, HelloFoo, ein anderes hat ein Page-Content von HelloWorld, aber ein weiteres Metadata-Attribute und zwar LastAccessed und zwar Yesterday. Das heißt, dieses Dokument wurde zum letzten Mal gestern aufgerufen. Es gibt hier die Möglichkeit, LastAccessed und LastCreated mitzugeben. Das heißt, je nachdem, was eben wichtiger ist, das heißt, wenn man das Dokument dann eben aus dem Retriever kriegt, dann wird dieser Zeitstempel hier dann einfach überschrieben mit dem neuersten Datum und so kann man dann zum Beispiel Dokumente, die einfach nicht verwendet werden, sozusagen in der Bedeutung irgendwann komplett rausfallen lassen. So, jetzt wollen wir das Ganze mal ausführen und dann fragen wir GetRelevantDocuments und wir wollen einfach nur HelloWorld irgendwie fragen. Das heißt, jetzt werden wir ein Dokument irgendwie kriegen, das sollte eigentlich ähnlich zu diesem hier sein. Das heißt, wenn wir das Ganze ausführen, dann sehen wir, kriegen wir jetzt ein Dokument zurück und zwar das Dokument hier HelloWorld und hier sehen wir dann LastAccessed und das ist dann einfach der geupdatete Zeitstempel hier. wenn wir jetzt allerdings die DecayRate ändern, und zwar, das heißt einfach, dass es sehr, sehr langsam sozusagen unwichtiger wird, dieses Dokument, wenn wir das jetzt auf fast 1 erhöhen, dann wird das Dokument sozusagen fast instant invalidiert und da wir hier als Timestamp Yesterday angeben, wird das Dokument eigentlich sozusagen invalidiert und wir sagen dem Retriever, das wäre ein Dokument, was einen Tag alt ist, eben mit dieser DecayRate nicht mehr rauskriegen wollen. Und wenn wir das jetzt hier ausführen, dann sehen wir auch, hier kriegen wir HelloFood zurück und hier wird auch dann reingeschrieben LastAccessed obwohl wir das hier nicht gemacht haben, aber das wird eben einfach als Zeitstempel dann hier eingetragen, aber da dieses Dokument, weil wir hier haben ja gesagt, das wurde zum letzten Mal gestern aufgerufen, wird das Ganze direkt invalidiert und nicht mehr zurückgegeben. Das heißt, dieses Dokument wird eben bei so einer hohen DecayRate automatisch als unwichtig erklärt. Wann könnte man denn jetzt so einen Ansatz hier verwenden? Den könnte man zum Beispiel dann verwenden, wenn man zum Beispiel jeden Tag News-Siten scraped und die News-Siten indiziert. Man möchte ja, wenn dann zum Beispiel ein User etwas fragt, was zum Beispiel hier und dort passiert, dann möchte man ja nicht, dass die Information, die man kriegt, sich irgendwie auf alte News-Artikel bezieht. So könnte man zum Beispiel jeden Tag seinen eigenen News-Artikel invalidieren und immer die neuesten News-Artikel nur abfragen lassen. Also das wäre zum Beispiel so, wenn man eben immer sehr aktuelle Ereignisse hat, die man eben indiziert und gleichzeitig die alten Ereignisse dann eben immer unwichtiger werden sollen. So, also wie gesagt, ich glaube, das Ganze kann auch ziemlich mächtig sein, gerade wenn man eben mit so aktuellen Daten irgendwie arbeitet. Hier muss man einfach ein bisschen dann mit denen die K-Rates herumspielen und gucken, was für einen geeignet ist. So, damit werden wir auch am Ende von dem Video. Jetzt hast du mal ein paar sehr fortgeschrittene Methoden kennengelernt, um eben sehr fortgeschrittene KI-Applikationen zu schreiben mit eben deutlich fortgeschrittenen Methoden, wie man dann eben auch Dokumente aus dem Vektorstor kriegt oder wie man die eben abfrägt. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich immer über ein Like und auch ein Abo. Wir sehen uns, bis bald. Ciao.